Herzlich Willkommen wieder mit einem Gefecht gleich hier zu Grimdorn in dem Dungeon und wir lesen hier gerade das Morse of Dead is near und wir müssen hier nämlich mal gucken unsere Aufgabe war es ja nicht nur jetzt hier reinzukommen sondern einfach mal zu schauen wo werden die wiederbelebt die Zombies und das sind diese grünen Teile hier und wenn wir die zerstören werden die Zombies nicht mehr wiederbelebt und können die Gäste Zelle auch sammeln die haben auch eine Bedeutung allerdings Fertig an ein Passwort Schnell das Kaputau und stört Mainz ich glaube diese Zelle konnte man gegen irgendwas eintrinken also schon spät es ist gleich 4 Uhr oder so ich habe eine meine meine versprochen bis 5 Uhr kann zu einem Video gucken und das muss jetzt natürlich auch einheilen bei einem kommt und das sonst immer ha ein kleiner Boss meine Sachen ich will die noch nicht so weit sterben weil er hat 4 Leben scheinlich beides aber der überlebt die Viecher auch wieder so wie ich das sehe gleich ist er da on juhu yeah viele schöne Sachen die kommen da hinten wieder scrap da war einmal gut das hat jetzt die Ausdauer hier wieder aufgefüllt die die sind so das war es jetzt ja ja ach so in der Tagung schöne neue Sachen bekommen das sieht gut aus dass es immer hier schön ist das können wir items zusammenbringen wenn wir das möchten das können wir noch nicht tragen 78 wir haben 61 das macht theoretisch mehr Schaden wo hier schön ist da misst in Schildsj Wahl die vier die gegratzt werden zu finden zu ziehen mit 10 und dann bekommen wir jetzt auch gleich ein schönes Spiel ist das auch mehr an nach so wird auch die Menden und es sind so tic Klaus bei einer Vogel sie ist Lütz jetzt ist ein schönes Romar ausgaben beziehungsweise Eingang, Ausgang alles jetzt kommen wir woanders raus dann sehen wo das war aber wir können sowieso erstmal zurück sozielportal hin den den hehehe zack und die Quest abgeben I have killed the Reanimator thank you you accept so jetzt braucht jemand Hilfe bei der Wasserpumpe natürlich helfen wir so selbstlos wie wir sind und 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 ich bin vergiftet gut das haben wir das können wir zurückbringen es wird kommen irgendwann zwischendurch ja das kann man ja schon mal geben ja dann müsste noch eine Lappe haben bestimmt ich fühle mich stärker ich finde sie bestimmt ich könnte das jetzt nochmal abgeben achso so er hält uns jetzt mit einem 1,5 m Radius das ist immer ganz einfach so wenn wir das jetzt nochmal 1,5 m Radius das 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 jetzt sind wir gut genug um hier einzugehen willkommen eine kleine Stadt oder Festung Milton müssen nach Milton Ausschau halten das schafft man bestimmt hallo achja das ist ein Schmuggler und das ist was ich vorhin meinte wir könnten theoretisch das da reinlegen wenn ich das möchte möchte ich aber nicht und dann kann ich mit meinem anderen Charakter hinrennen und dann das da rausholen das möchte ich jetzt nicht ich will auch gar kein anderer immer ruhig bleiben ich will nichts von deinen Kindern ich lass dich allein who is that? ah die daneben ich will es auf keinen Fall sagen ich will es auf keinen Fall sagen So und diese Frau hier ist nicht ihre richtige Mutter, sondern möchte sie beschützen. Und jetzt kommen wir natürlich ins Spiel. Und wir sind dann der Held. Oder auch nicht, je nachdem wir wahrscheinlich keine guten Nacht bringen werden. Wir werden jetzt Ausschau halten nach ihren Eltern, die bestimmt natürlich noch leben. Achja, wir könnten das jetzt theoretisch zurücksetzen. Aber... You're not! So? Keiner da. Oh, nicht was. Können wir es schon wieder lesen. Juhu! Nein, das möchte ich jetzt nicht alles lesen. Wer das lesen möchte, keiner kurz auf Stop drücken. Ich werde das mal nochmal in deiner Rügel durchlesen, aber dann nicht in der Aufnahme. Ja. So, komm, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Den Script, der kommt irgendwann... In Dezellers. Das beliebt der... Kommen wir aber das ist. Ach, zum Glück ist das nicht ganz so oben. Ich würde sagen, das passt gerade ganz gut. Der Weg dann da oben hin in der nächsten Aufnahme. Und... Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.